gut ich glaube man kann die auch mit der nuna einsammeln nein 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 fuchs geht er weg die lebensmüder ist ich glaube ich bin mit dem fuchs ein bisschen agiler halte ok wir hätten da in diese Ecke reingemassen oder bockte sie sich weg das gehört sich so um ok 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 wahrscheinlich wollten die so ein bisschen das diese meeresbewegungen nachstellen es ist ihnen auch gelungen würde ich sagen ok es wurde gespeichert wieder oh mann dieser Bär ey nein 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 naja komm ne upser die Frage ist nur wie kommen wir jetzt wieder hier raus das ist wieder so eine tolle Stelle ne ist der blöd ist der blöd oh ah ok verstehe ah ja 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 also müssen wir den immer weiter reizen aber wo soll es denn jetzt lang gehen aber wo soll es denn jetzt lang gehen woversche stopp da ich bin es ist das alles alles ich bin wir alles was ist das nicht Die Bewerfseghalo-Alu-Gulo, Dereganneagalo imaaktuk. Asi, Tageyom, angalataksevillowik. Tageyom, iukkaig, kaegusungenion, puktaakpau. Arraa kanohrittaema ipingitpak. Ja, dann schwimmen wir einfach mal nach oben, ne? Aber wird die nicht damit erfrieren, irgendwie? Ah, die Wasserlinie, ja, okay. Okay, hier kommen wir erstmal nicht weiter. Dann wahrscheinlich da drüben. Komischerweise jetzt. Achso. Ja, wir können mit beiden das erreichen. Hm, okay. Achso, schneller, schneller. Moment mal, das Mädchen. Moment, Moment, Moment. Ja. Okay, okay. Die kann ja wirklich lange tauchen, ne? Die hat wirklich einen langen Atem. Uh, okay, Moment. Da muss ich mal ein bisschen höher springen. Ja. Achso. Ah, verstehe. Ah, ah, ah. Kann man denn? Der müsste eigentlich auch noch ein bisschen tiefer sein. Ah, okay. Also doch. Also doch, also doch. Ich hätte mir eben gerade, hatte ich nur gedacht, dass es so wäre. Aber, es stimmt mir gar nicht. Boah. Das ist jetzt irgendwie blöd gelaufen für den Fuchs, ne? Äh, okay, Moment. Okay, dann müssen wir doch runtergehen jetzt. Ah, ich glaube, ich weiß wohin. Ja, 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 ja. Ich glaube, ich, 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 wir waren ja vorhin hier, da hoch und dann genau. Hallo, aber ich muss doch runter. Okay. Wir müssen erstmal... Okay, erstmal das Mädchen und dann der, der Fuchs. Okay, manchmal, manchmal muss man wirklich überlegen. Na gut. Ja, super. Kommst du auch runter? Ne, kommst du natürlich nicht runter. Macht er das jetzt eigentlich automatisch jetzt? Ich glaube nicht. Jetzt erwartet, äh, jetzt erwartet der Computer quasi, ähm, dass wir das selbst machen. Weil sonst könnten wir das ja so machen, dass er quasi die Rätsel für uns lösen muss. Und das wäre ja auch nicht so ganz, äh, sinnig. Okay. Aber... Ah, okay, verstehe. Haben wir den jetzt schon, oder? Ne, ich glaube noch nicht. Aber wir können ihn, glaube ich, ähm, dann holen. Der Winkel ist natürlich jetzt blöd. Ach, ne, gibt's sogar. Ja. Okay, also wir brauchen den, wir brauchen ihn also doch. Nein. Ich bin jetzt runtergefallen. Verdammt, Darkst. Okay. Nochmal da hoch. Okay. Läuft bei mir. Okay. Was mach ich da? Bin ich, bin ich jeck, oder was? So, jetzt aber. Was? Das fand ich jetzt ein bisschen unfair, ja? Oh, Mann, ey. Wenn ich mir das später ansehe, muss ich selbst wahrscheinlich lachen. Warten wir mal ab, ist ja hier, ja, jetzt. Was mach ich da? Das war jetzt irgendwie ganz super optimal, was ich hier gemacht habe. Oh, Mann, ey. Okay. Also irgendwie müssen wir es da hinkriegen, dass das Mädchen auch noch den Platz darunter findet. Aber wie kommen die denn da hoch? Die ist so viel... Die kommt da gar nicht da hoch. Kommt da da gar nicht hoch. Das, das, das denke ich mir gerade auch. Okay, was bringt das, wenn ich irgendwie... Ah, verstehe. Dann haben wir sozusagen einen zweiten Geist, den wir rufen können. Was soll das denn jetzt bitte sein? Ah. 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 Verstehe. Was? Zurückspringen? Ja, ja, ja. Okay. Ah. Wo ist denn der... Wo ist die denn jetzt? Na? Hm. Okay. Das bringt gar nichts im Moment. Okay. Das bringt gar nichts im Moment. Ah. Okay. Jetzt. Weil ich habe mich die ganze Zeit schon gefragt, wie komme ich da hoch? Aber. Logisch. Logisch. Jamai. So wird's gemacht. So. Und jetzt kraxelt er wieder hoch. Und zacki. Zack. Zack. Hm. Hi. Hi. Okay. Da muss man... Also die... Ist ja nicht mega schwierig, aber man muss erstmal auf den Dreh kommen. Warum das so ist. Ich glaube, wenn man das... Man muss so grundsätzlich einen Knicks finden. Knicks finden. Dann geht's besser irgendwie. Weil so... Erstmal hatte ich ja schon ein bisschen rumgerätselt. Warum? Was willst du da hinten, Fuchs? Ja, wo geht's eigentlich da lang? Ich habe das Gefühl, wir können aber noch da oben nochmal gehen, oder? Das mache ich jetzt auch mal gerade nochmal. Ich weiß zwar nicht, wo... Ah. Ha. Okay. Der Fuchs kann da hoch. Ah. Verstehe. Der Fuchs kann da nicht lang. Weil da die Eiszapfen noch sind. Also müssen wir erstmal runter. Nee, nee, nee. Du kommst mal bitte runter. Ja, ja, okay. Ja. Ja. Oh Mann. Ist das blöd. Okay. Ka-ching. Uah. Boah. Gerade so. Okay. Okay. Das war jetzt zu weit weg. Verstehe. Okay. Das war jetzt zu weit weg. Wie kriege ich das hin? Das... Ah, okay. Moment. Ja. Genau. So. Okay. Alles klar. Vielen Dank. Vielen Dank. Untertitelung des ZDF, 2020